Hey, guck mal, der Typ hat einen Augenklopper, bei mir hat er nen Augenklopper, okay, ich bin neben dir, rechts ist von dir, so, ich geh runter, ähm, da oben, äh, scheiß, ja, abseits, äh, da siehst du da hinten das X, ja, ja, oh, zum Flughafen, nein, da gehen mindestens sechs hin, ja, okay, dann ist, zu der Tanke da rechts, okay, zu der Tanke, das wird auch schwierig, weil im Militärcamp dahinter sind mindestens fünf, okay, ich bin hier, ich lande hier im Bungalow, ich lande hier im Bungalow, okay, ich nehme die ganze, ja, hallo, wir sind an Laubobs, wir wissen halt, wie das Spiel geht, also, sag ich jetzt was, oh, okay, ähm, Leute, das ist ja, hallo, oh, naka, 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 äh, Gegensteller können während des Lades, laden es nicht, äh, ich lade noch, Michi? Ja, genau, ich hab gar nichts geladen, geladen, ich hab direkt nen Militärrucksack gerufen und nen Aka, geil, also, das war doch, Jackpot, oh, Pischer Militärrucksack, sag ich auch, also, noch ne Pistole und Moni dazu, alter, das war, äh, und hier auch ne Pistole, deswegen wie Jackpot direkt, ne, ja, alter, ich hab doch, ey, ich hab doch voll den geilen Spot hier ausgewählt, ich hab das, äh, so, äh, Medi, ach, Medi, hab ich nicht gesehen, wo gehen wir hin, ähm, ne, warte mal, die Klox, die schmeiß ich raus, ähm, ich guck, gab mir nicht noch irgendwelche, äh, Schuhe, Sneaker, ich brauch Sneaker, ich mein, so kann ich mich hier sehen lassen ohne Sneaker, ich mein, ich bin nicht cool, ich hab mir die Himmelsrichtung nicht gemerkt, aber hier ist direkt Militärcam und es sind mindestens vier gelandet, äh, äh, da sollten wir vielleicht nicht hin, weil die da Militärsachen haben, und na gut, wir haben auch so, ja, aber ich hab das Gefühl, dass die gleich hierhin kommen, ach so, das meinte ich damit, äh, okay, die Savestone wird noch nicht, okay, wir müssen jetzt auf die Savestone achten, wir müssen hier erstmal irgendwo hin, ja, wir warten kurz, ich warte kurz auf die Savestone, äh, mysteriös, wieder mal Top 100 irgendwann, ne? Ja, also, ja, Michi, ne, wir haben es einfach drauf. Ja, wir haben jetzt mindestens Platz 48 oder so als Team. Und da ist die Stadt. Ja. Grove Street Home. Oh Gott, das sind zwei Autos hinter uns. Straße. Egal, weiter. Die gehen aber gefahren genau in die Richtung, wo wir fahren, äh, hingehen. Ja. Die kommen uns entgegen jetzt, oh ne, die gehen ins Querfeld ein. Ich dachte, die, ich dachte, die folgende Straße. Das ist jetzt mein kleines Stück hier mit Bäumen. Hm. Weil sonst wären sie genau zu uns hin gekommen. Aber wir sind noch nicht in der Savestone. Aber, wir müssten wir locker schaffen. Und in die Häuser wurden schon gelootet, da sind Türen offen. Ganz viele Schüsse. Ähm, ja, gut. Wohin? Wir müssen aber dahin. Wir müssen da weiter durch, also. Können wir in den YOLO reinkommen? Gehen wir so links auch, bitte. Zu dem Haus hier? Ja. Oh. Komm, werf ein paar Bomben auf die, bitte. Da hinten, ähm, geradeaus sind zwei Spieler mindestens. Ganz geradeaus auf der Straße direkt. Mindestens zwei Spieler, ja, die spielen zusammen. Die sind nach links in der Seitenstraße gegangen. Dann gehen wir nach rechts. Wir müssen... Wir sind sehr offen. Ja, wir müssen, wir müssen hier weg. Aufpassen, Michi. Auf der Rot sein. Spitter Garnate. Direkt hier bei uns. Hier ist ne, äh, AR-15. Ich hab ne Schrotze mitgenommen. Der ist auch nicht vorbei gefahren. Hier ist auch ne Schrotze. Kommt wieder, ist wieder vorbei gefahren. Der spottet hier drum. Der ist stehen geblieben. Möglicherweise kommt da rein. Gibt's nen Hintereingang? Ja. Hast du denn den Blick? Ich versuch's. Oh Gott, das Gas ist fast da, ne? Also das Gas ist da. Wir sind in der Zone, oder? Ja, ja, noch, aber... Alter, komm zum Hintereingangausgang. Hier, komm zu mir. Komm, ich komm, ich komm. Wir müssen hier raus. Wir sind definitiv aber... Wir sind nicht mehr in der Zone, ne? Ähm. Wir müssen in den Norden. Scheiß, der Blutdringer ist mitgenommen. Fuck. Egal. Scheiß drauf. Wir müssen auf jeden Fall in den Norden. Ich hab auch Schreck... Ihr, ihr... Nein! Nein! Nicht nochmal! Ich hab mein... Ja, ich hab das eben auch gehabt. Ich hab jetzt zwei... Ich hab jetzt... Zehn Bandagen und zwei Medikits einfach weggeschmissen quasi. Ne, stimmt. Auf jetzt mal. Ich bin hinter dir quasi. Auto? Hinter uns. Irgendwo. Versteck dich? Ne. Ne, warte, wir können nicht uns verstecken. Wir müssen weiter. Wir müssen immer noch weiter. Äh. Recht von uns ist schon Gas. Mann, ich hab... Ich hab... Beide Blutgelungsmittel voll verkackt. Wenn ich jetzt getroffen werde und deswegen sterbe ich. Ich... Ich... Ich kacke ins Essen. Getraubt, ist bei mir. Direkt bei mir liegt die. Äh... Da. Danke, ja. Hat er die aufge... Angezogen direkt? Ja, aber... Danke. Bitte, bitte. Ich mach jetzt kein Blutgelungsmittel. Ah, da ist... Da sind wir so leicht auf E kommen und dann geht das sofort weg. Ja. Ich... Ich versuche auch... Q und E hab ich eben immer wieder versucht zu neigen, ne? Mhm. Fuck, ey. Vor allem ist es dasselbe bei Resident Evil. Ich drück da immer Steuerung. Also wir machen... Ich drück da immer Steuerung. Weil das... Rainbow... Ähm... Ducken ist. Ja. Alter, ey. Weil wir sind... Ach du Scheiß, ich muss kurz was trinken. Sind wir im Moment in dieser Zone? Ja, wir sind im Moment in der Zone. Wir sind über die... Wir sind... Wir sind... Oder? Wahrscheinlich... Nein. Oder? Ne, warte mal. Doch, nein. Wir sind nicht. Vor uns ist die Straße. Wir müssen weiter. Vor uns ist eine Straße. Noch nicht gesehen. Nee, hier ist die Straße. Die wir grad gesehen haben. Wissen wir die überqueren? Ja, müssen wir. Oh Gott, ein Auto fährt rechts von uns. Rechts oben. Lass links bleiben. Ja. Gut, dass wir beide nochmal nachgeguckt haben. Sind wir hinter dem Stein? Ja, ja. Ah! Ganz im Norden. Fuck. Komm, jetzt zu den Bäumen würde ich sagen. Scheiße. So schnell wie möglich. Achso, du machst links die Bäume? Ne, hier geradeaus die E2. Ja, ja. Erstmal da hin. Oder weiter links ein bisschen. Vielleicht da. Ja, ja. Ja, ja. Rechts ist das Auto. Bleibt geduckt. Ich glaub nicht. Einen Hohspang sollte man glaub ich nicht berühren. Keine Ahnung. Zu dem Stein. Oh. Weiter, 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 weiter. Zum Stein, zum Stein erstmal. Der Schuss zu mir. Der ging zu mir. Wurde es getroffen? Nein, nein. Die Schüsse kamen in meine Richtung. Pass auf. Ich würde nicht so da unten stehen. Scheiße, wir müssen immer noch weiter. Ja. Die Schüsse ging definitiv zu uns. Wir müssen über den Berg. Da hilft nichts. Wir müssen in den Norden, ne? Ja. Über uns im Norden war ein Auto. Scheiße. Achtung. Man hört. Ja, ja, siehs, siehs. Ich sehs. Wir haben aber noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Alles gut. Ich hab's kurz qualmen gesehen. Rennen wir in die Richtung, wo ich hingucke? Noch, noch rechts? Ja. Okay. Aber wir müssen uns weiter rechts halten. Ja, ich weiß. Aber wir haben noch ein bisschen. 90 Sekunden. Alter. Ah, das ist ein Gebäude. Das ist eine Hütte da oben. Da werden bestimmt könnten Leute kämpfen. Hinter dem großen Felsen? Ja. Oh, rechts ist einer. Rechts ist einer. Scheiße, er kämpft, er kämpft, er kämpft. Er zieht auf uns. Oh, hast man richtig im Gras gesehen, ja. Der auf dem Hügel, ne? Na, äh. Wir sind immer noch nicht in der Zone, ne? Nein, ich hab schon wieder taktischen Verbandskasten benutzt. Ich konnte es nicht abbrechen. Ich will wieder... Wir müssen in den Norden. Ja, ich hab schon wieder taktischen Verbandskasten benutzt. Wir rennen, wir rennen auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Weiter rechts halten, weiter rechts halten. Aber ich kann es nicht fassen, dass ich schon wieder so taktisch... Ich wollte echt neigen drücken, ne? Boah, 30 Sekunden. Das wird erst knapp, ne? Auto. Irgendwo. Hier lag ne Leiche. Gelooten? Nein. Vielleicht hat die was zum... Da ist ein Polizeiauto direkt von mir. Wir sind immer noch nicht in der Zone, Chris. Wir sind in der Zone, oder? Sind wir oder wir nicht? Wir sind nicht in der Zone. Wir sind ganz und gar nicht. Ah! Schütze auf mich! Wir müssen weiter Richtung Norden, ne? Auf mich Schütze, ja. Ich komm nicht mehr weg hier. Wir sind in der Zone. 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 Ich hab ihn angehittet. Mit dem Stein. Ich hab richtig viele Schüsse. Ich baller dem alles nieder, was ich hab. Äh, alles... Ich hab auch gut Schüsse. Ich hab drei... Über 300 Schüsse hab ich dabei. Wir müssen auf das... Gas aufpassen. Wir sind uns dabei in der Zone. Sollen wir uns den von zwei Saßen holen? Ich weiß es nicht. Ja. Ich von rechts, du von links. Ja. Hinter mir kommt ein Auto. Oh Gott, wir sind weit, wir sind weit. Und das ist noch ein Spieler. Ich hab ihn noch. Ich bin aber tot. Äh, scheiße. Ich bin... Ich muss weg. Ich hab ihn noch getroffen. Alter, ich bin im Gas. Michi... Ich hab 10 HP noch. Ich bin im Gas. Ich bin im Moment drin. Ich auch. Ich auch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin tot. Nein. Platz 5 hab ich. Ich leb noch. Ich hab eingekillt. Ich leb noch. Ich glaub ich komm aus dem Gas raus. Scheiße, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Doch, ich bin aus dem Gas raus. Ah, nice. Wie viel leben noch? Äh, vier. Okay, dann war ich der letzte. Und ich hab leider kein... Ich hab... Mein Verbandskasten... Ich hab alles eingesetzt für... Ich hätte ihn nicht gebraucht. Oh, danke. Oh, man. Müsli. Ja, das Glas kam. Aber ich hab ihn getötet. Hab ihn getötet vorher noch. Ich... 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 Ich geh mal lieber... ins äh... In den Wald. Ich glaub, wo die Kiste ist, müsste die Safe Zone sein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Drei Leute sind noch verbleibend. Also ich... Mit dir? Ne, insgesamt. Oh, geil. Top 3 schon. Ach, du scheiße. Bist du tot? Nein, ich leb noch. Ich hab Full Health. Hier ist ein qualmendes Auto. 22 Sekunden, das Glas kommt gleich. Fuck! Ich weiß nicht, ob ich in der Safe Zone bin oder nicht. Hier sind zwei qualmende Polizeiautos. Theoretisch muss ich gegen Zweitein kämpfen. Und das Gas kommt. Und das Gas kommt. Ach, du scheiße. Oh Gott, ist hier ein Auto. Es gibt noch ein Auto. Alter, wie klein die Safe Zone ist. Okay, Auto haut ab. Ich hab zum Glück genügend Munition. Ich kann hier rausballern, wie viel ich will. Alter, ich wollte mich doch verarschen. Die Saison ist jetzt noch kleiner. Wie groß ist die jetzt? Alter, das ist ein Minipunkt. Das ist echt Mini... Das ist ein Lillipunkt. Das ist nicht ohne Grund. Putan auf diesen Kreisen. Ein schwarzer... Ja, ich bin ungefähr... Alter, bin ich überhaupt... Alter, ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Ich müsste weiter Richtung Westen. Scheiße. Also wenn ich das richtig verstehe mit dem Kreuz... Mit dem Kasten. Nein, 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 nein! Okay, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Nein! Ich bin Zweiter. Boah, nice. Ach du Scheiße. Das heißt, die Runde ist insgesamt zu Ende. Jetzt ist es vorbei. Ja. Platz zwei. Kriegst du da einen Preis? Äh... Keine Ahnung. Ich hab da hier... Alter, ich hab die Shotgun gewechselt, ne? Ich hab ihn zwei Schuss reingedrückt, ne? Aus... Weiß nicht. Zehn Meter Entfernung. Er hatte 8 HP... Nur 8 HP hat er verloren. Ich hätte auf die AR bleiben sollen. Aber richtig geile Runde. Zweiter und fünfter Platz. Alter... Ist Team Wanking 9-2, ne? Ja. Auf der war... Ja, Platz 2... Ähm... Ach, geil. Das war kein... Kein... Kein Kill. Naja. Aber ich hab... Ich dachte, ich wär in der Zone gewesen, ne? Wo ich den gekillt hab. Boah, aber das war... Ähm... Also ich... Das war echt ein nice Match. Alter, ich war so ein Gas. Ich dachte so, nein, hier kommst du nicht mehr raus, ne? Aber mich hast ein Kill gemacht, ne? Ja. Das ist nice. Aber danach kam das Gas schon... Ich war down. Oh... Also... Das war echt nice. Also ich... Ich freu mich schon aufs Schneiden. Okay, machen wir direkt weiter, ne? Ja, klar. Immer.